Musik So, hier sehe ich ihn jetzt noch nicht, aber aus sicherer Quelle weiß ich, dass er da sein soll, heute hier. Herzlich willkommen zur Bücherzeit, heute aus NRW, aus Iserlohn, aus der Alpha-Buchhandlung in Iserlohn. Die Bücherzeit ist eine besondere Sendung, wir stellen Ihnen die Vielfalt christlicher Bücher vor. Und heute kann man sagen, es ist eine besonders besondere Sendung, denn wir haben ein spezielles Thema und einen Special Guest. Martin Luther wird vorbeikommen. Angesichts des Reformationsjubiläums beschäftigen wir uns heute mit ihm. Hier in der Buchhandlung Iserlohn wird er vorbeikommen. Das klingt komisch, ist aber so. Und bis er dann da ist, werden wir Martin Luther noch besser kennenlernen. Zum Beispiel habe ich einen Gast heute, der weiß genau, wie es ist, wenn Martin Luther in der Gegenwart vorbeischaut. Und da rede ich mit ihm drüber, gehe jetzt rein und Sie kommen mit. So, ich bzw. wir haben es uns jetzt schon mal bequem gemacht, hier im Inneren der Buchhandlung. Ich begrüße ganz herzlich Albrecht Kralle. Dankeschön. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Daniel. Wir unterhalten uns hier in der Alphabuchhandlung in Iserlohn über ein besonderes Thema. Aber erstmal ein bisschen was zu dir. Also wir haben ein bisschen recherchiert, auch auf deiner Homepage rumschaut. Du bist Schriftsteller und Pastor. Im Moment eher Schriftsteller, oder? Ja, ja. Also ich habe als Pastor angefangen und im deutschen Unterricht hatte ich immer eine 3, eine solide 3. Und irgendwann während meiner ersten Pastorenstelle habe ich mir überlegt, Montag seien ja die Pastoren frei. Und da bin ich dann in einen anderen Ort gefahren, ins Café, habe Bücher gelesen oder Zeitungen. Irgendwann ging der Lesestoff mal aus. Dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mal die Geschichten, die ich selber gerne lesen würde. Was war denn deine erste selbstgeschriebene Geschichte? Ich glaube, die heißt Die Grüne Wiese. Die Grüne Wiese? Die Grüne Wiese. Gibt es die noch? Ist sie sicher verwahrt im Safe? Ja, ich weiß es nicht. Die ist ja nochmal aufgelegt worden in so einem Sammelband. Da ist so ein Typ, der ist im Wohnzimmer und plötzlich ist er auf einer grünen Wiese. Und letzten Endes stellt sich heraus, dass das der Psalm 23 war, ein bisschen anders erzählt. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Als Luther vom Kirschbaum fiel und in der Gegenwart landete. Im Titel ist schon viel drin. Das fand ich sehr interessant. Ich leite kurz ein, es geht darum, dass Martin Luther Kirschen pflücken soll, weil seine Frau das sagt. Der hat erst keine Lust und dann geht er doch ein bisschen griskrämig auf die Leiter und fällt dann runter und landet im Jahr 2017. In Nordheim. In Nordheim, das ist dein Heimatort auch. Und das Interessante dabei ist, das Buch fängt ja eigentlich an mit einem Pfarrer, der in Rente geht und sagt, so nach dem Motto, endlich kann ich offiziell Atheist sein. Die beiden kommen zusammen. Das musst du kurz erklären, warum du diese beiden zusammengebracht hast da. Also das hat sich auch entwickelt, das hatte ich gar nicht vor. Ich wollte so mit der Kirschbaumszene anfangen und dachte, es wäre ja gut, der muss ja irgendwie einen Typ haben, der ihn durch das 21. Jahrhundert führt, möglichst einen Pfarrer. Aber es wäre ja auch interessant, wenn dieser Pfarrer auch wieder eine eigene Geschichte hat, so mehrere Stränge. Und wie wäre das denn, wenn der jetzt mit dem Glauben gar nichts am Hut hat und durch Martin Luther neu konfrontiert wird mit dem Glauben und so und sich mit dem auseinandersetzen muss. Und so ist das dann halt entstanden. Das ist Fantasy ein bisschen auch? Ja, durch diese Zeitreise natürlich. Das ist ein klassisches Thema. Wir reden gleich weiter, aber vorher, ich bin ja ein bisschen auf der Suche nach Luther, auch hier heute in der Buchhandlung. Was würdest du denken, wenn Martin Luther jetzt hier wäre, in der Buchhandlung in Iserlohn, in welcher Ecke würde er sich aufhalten? Ja, natürlich, er würde einmal in der Bibel-Ecke sein, aber wenn ich mich hier so umblicke, ich habe hier so wunderbare Weine entdeckt. Zwar kein Bier, er mochte ja das Einbeckerbier, aber zum Wein würde er auch hingehen. Okay, dann bin ich gleich wieder da, aber schau da jetzt nochmal kurz vorbei. Ja, ich glaube, hier hätte sich der Herr Luther wohlgefühlt. Der war ja auch ein Genussmensch und hat so edle Tröpfchen auch nicht verachtet. Und hier in der Alfa-Buchhandlung in Iserlohn gibt es Wein zu den Büchern. Großartig, mehr braucht man eigentlich nicht. Bücher und Wein, was will man mehr? Und Martin Luther oder andere Reformatoren gibt es ja genügend in Buchform. Muss man einfach mal so sagen, gerade angesichts des Reformationsjubiläums. Auch Bücher von anderen Reformatoren gibt es ordentlich. Entweder, weil sie selber sehr, sehr viel geschrieben haben und weil über sie viel geschrieben wurde. Und natürlich auch zu Recht. Aber was mich wirklich auch interessiert sind sogenannte Backstage-Geschichten. Wie waren denn die Typen eigentlich so, wenn sie nicht auf der Kanzel standen oder nicht am Schreibtisch saßen und schrieben oder sich gerade nicht gestritten haben über irgendwelche theologischen Fragen. Und um das rauszukriegen, wie Männer so sind, fragt man am besten die Frauen oftmals. Deshalb finde ich das Buch Verspottet, geachtet, geliebt. Die Frauen der Reformatoren von Ursula Koch wirklich großartig. Wunderbar erzählt, wunderbar recherchiert auch. Und in diesem Buch lässt Ursula Koch die Frauen der Reformatoren zusammenkommen. Zu einem Meeting, zum Gespräch. Und die unterhalten sich. Und hauen einige Sachen einfach mal so raus, wie das denn so war an der Seite von den Promi-Männern, was sie erlebt haben und wie sie das Ganze sehen, wie sie ihre Sicht der Dinge ist. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von der Frau von Philipp Melanchthon, Elisabeth. Die sagt, oder Ursula Koch lässt sie vielmehr sagen, die Hochzeit mit Philipp war auch nicht gerade die Erfüllung meiner Wünsche. Aber danach wurde in meiner Familie nicht gefragt. Meine Mutter war froh, dass sie mich unter die Haube kriegte. Oder ein Stückchen weiter noch, geht die Kuppelei sozusagen weiter. Doch der Dr. Martin Luther wollte ihn unbedingt verheiraten, den Philipp Melanchthon. Ich glaube, er fürchtete um Melanchthons Leben. Denn der aß nur selten, kümmerte sich nicht um den Zustand seiner Kleidung und er froh fast im Winter in seiner Bude. Also sehr, sehr humorvoll geschrieben oft auch. Aber was auch ganz klar rauskommt, ist, dass die Damen von damals ganz schön was auf dem Kasten hatten. Die waren nicht nur das Anhängsel der großen Promi-Männer, sondern die haben schon ordentlich unterstützt und auch vieles beeinflusst. Und die mussten schon ganz schön was aushalten. Einerseits, weil sie eben die Frauen von solchen Männern waren und weil es damals die Zeit einfach war, wo es für Frauen an sich noch ein bisschen schwieriger war. Humorvoll, tief und wunderbar biografisch ist dieses Buch von Ursula Koch. Ist wirklich eine große Empfehlung von mir. Verspottet, geachtet, geliebt. Frauen der Reformatoren. Erschienen im Verlag Neukirchner Aussaat. So, ich habe ihn jetzt leider nicht gefunden, aber es hat sich trotzdem gelohnt, da vorbeizugucken. Ja, das glaube ich. Luther Tipp, Weiner aus Israel, top. Also Luther hätte das begeistert. Ich glaube auch. Luther ist in aller Munde jetzt, 2017 Reformationsjubiläum. Was ist denn für dich persönlich so die Essenz aus Luthers Wirken, aus dem, was du von Luther weißt, verarbeitet hast vielleicht auch? Naja, zum Ersten seine reformatorische Erkenntnis, dass man Gottes Liebe oder Gottes Gnade nicht verdienen kann durch noch so fromme Werke. Das hat er eigentlich neu entdeckt, indem er Paulus ernst genommen hat und das denke ich, das ist auch wichtig bis heute noch. Manche ernsthafte Christi, der das auch nötigt, sich das mal wieder sagen zu lassen, du kannst die Liebe Gottes nicht verdienen, auch wenn du noch so fromm bist. Und das andere, das ist seine Vitalität, manchmal seine Derbeheit, seine Sprüche, die ja bis heute beliebt sind, seine Zugewandtheit dem Leben, den Genüssen des Lebens. Das ist so eine ganz erfrischende Art, mit dem Leben umzugehen. Und das ist nichts, was neben dem Glauben ist und hat auch mit seinem Glauben zu tun. Und er kann auch mit Gott ganz kindlich umgehen und gleichzeitig ganz tief theologisch sein. Also das ist für ihn kein Widerspruch. Und das begeistert mich. Und es kommt auch in dem Buch raus, also dass der mitten im Leben steht, Martin Luther, er landet ja ziemlich schnell im Altenheim irgendwie, wird dann von dem Pfarrer da unter seine Fittiche genommen sozusagen und bekommt aber auch nicht nur Beifall in deinem Buch. Also es geht auch um die kritischen Dinge, die Luther gesagt hat. Erzähl mal so ein bisschen in ganz Kurzform, um Appetit anzuregen auf dein Buch. Was erlebt Luther in deinem Buch? Ja gut, wie gesagt, er landet im Altenheim und besucht natürlich seine eigene Kirche, die Lutherische Kirche Nordheim, St. Sixty heißt die. Und er ist natürlich erstaunt, dass seine Lieder plötzlich in diesem Liederbuch vorkommen. Und dass die, wie er von dem Pfarrer hört, in der ganzen Welt bekannt sind, auch in anderen Sprachen, ein feste Burg ist unser Gott. Und er lernt dann eine Theologie-Studentin kennen, die so ein bisschen kritisch ist und Luther seine ganzen antisemitischen oder anti-judaistischen Sprüche unter die Nase hält. Und da wird Luther in die Enge getrieben und nimmt Reis aus und fährt per Anhalter nach Einbeck, weil er gehört hat, da ist er das Einbecker Bier. Und naja, und er schlägt sich bis Wittenberg durch und hat alle möglichen Begegnungen. Und dann trifft er auch noch den Papst, aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ja, da ist schon eine Menge drin. Also das ist, finde ich, auch das Schöne, dass du diese Tiefe oder diese Ernsthaftigkeit oder wie man auch diskutieren kann oder muss über das, was Luther gesagt hat, mit reinbringst. Und dann aber trotzdem diese Leichtigkeit irgendwie beibehältst. Auch dieses Luther-Deutsch finde ich ja großartig. Muss ich einmal ganz kurz hier gucken. Gleich am Anfang geht es los, wenn er sich mit seiner Frau unterhält, du hast mir es in die Hand versprochen, ein paar Körb herab zu pflücken oder aber die Knecht und Mägt sind nicht da. Also dieses Luther-Deutsch hast du mit reingebracht. War das, hast du das gelernt, hast du das drauf gehabt oder wie? Ja, ich habe natürlich Bücher zu Hause mit Original-Luther-Zitaten oder Bücher, wo Luther-Deutsch drauf ist. Ja, diese starke Sprache, das hat mich auch gereizt. Und ich wollte halt, wenn ich Luther schon unsere Zeit transportiere, muss er auch irgendwie sprachlich erkennbar sein. Ja, und das ist die gewisse Würze. Ich lerne immer mehr über Luther und lasse dich jetzt noch mal ganz kurz allein, bin gleich wieder da. Musste ihm aber jetzt noch mal ein bisschen auf die Spur kommen. Martin Luther ist schon allgegenwärtig hier, zumindest in Buchform. Aber so richtig gefunden habe ich ihn noch nicht. Macht aber auch nichts, wir sind ja noch eine Weile unterwegs hier in der Alpha-Buchhandlung in Iserlohn. Apropos unterwegs sein. Wenn ich unterwegs bin, kann ich gut denken. Beim Telefonieren zum Beispiel, da bin ich permanent unterwegs. Oder wenn ich zum Beispiel Texte lerne, dann bin ich auch in unserer Wohnung unterwegs. Unterwegs sein ist ja auch so ein bisschen die Idee des Pilgerns, dass man dabei Körper, Seele und Geist in Einklang bringt. Und da habe ich ein Buch für Sie. Das heißt, ich komme, weiß wohl woher, eine Reise zu Martin Luther von Rainer Köpf. Und bei diesem Buch sind Sie nicht auf dem Jakobsweg unterwegs, sondern auf dem Lutherweg. Der Rainer Köpf hat die verschiedenen Stationen Luthers nachgezeichnet, historisch, biografisch und theologisch. Also es geht von Mansfeld über Eisenach, Wittenberg. Die ganzen verschiedenen Stationen werden beleuchtet. Es gibt historische Infos oder auch aktuelle Infos über die einzelnen Orte. Und auch Lebenssituationen von Martin Luther werden nachgezeichnet. Zum Beispiel Mansfeld dort, wo er wenige Monate nach seiner Geburt hinzog mit seinen Eltern. Oder andere, auch Orte, die nicht so häufig im Fokus stehen, wie jetzt zum Beispiel Wittenberg oder Eisenach. Ich lade Sie ein, diese Reise mal anzugehen, zumindest in Buchform. Und wer weiß, vielleicht machen Sie sich dann ja auch mal auf, im Rahmen des Reformationsjubiläums oder auch danach, um diese Orte mal in Realität, näher unter die Lupe zu nehmen. Erschienen ist das Buch von Rainer Köpf im Kalver Verlag. Es gibt so einige gemütliche Ecken hier in der Buchhandlung in Iserlohn, in der Alpha-Buchhandlung. Und ich bin bewusst hier, weil für das nächste Buch brauche ich einen wachen Geist. Deshalb trifft es sich gut, dass es hier eine Kaffeemaschine gibt und schönen Kaffee. Also, denn Hans-Jürgen Prien ist Professor, ist Theologe und hat ein Buch geschrieben über Luthers Wirtschaftsethik. Das ist, finde ich, erstmal interessant auf den ersten Blick, weil es in der Luther-Literatur dadurch auffällt. Denn Sachen wie Zinswucher oder Kapitalismus gibt es ja nicht nur heute, sondern gab es logischerweise auch schon damals. Das war auch ein großes Thema von Martin Luther. Seine zweireiche Lehre oder seine Rechtfertigungslehre sind theologische Abhandlungen. Aber Luther war auch immer ein Typ, der Kirche und Staat im Blick hatte und das beides verbunden hat und gesagt hat, wo kann man das trennen, wo macht es Sinn zu trennen und der auch den Finger ganz klar in die Wunden der damaligen Zeit gelegt hat, der sich mit vielen Leuten angelegt hat und ein streitbarer Geist war. Und deshalb ist dieses Buch so interessant. Man könnte auf den ersten Blick denken, das ist nur für ein bestimmtes Zielpublikum interessant. Aber wenn man nochmal genauer hinguckt, dann ist es für historisch interessierte Menschen, für theologisch interessierte Menschen oder auch für wirtschaftlich interessierte Menschen interessant. Also schon eine große Vielfalt. Und ich lese einen Absatz vor aus dem Vorwort. Das stammt von dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strom. Da schreibt er, als es 1992 erschien, gehörte es zu den ganz wenigen Büchern über Luthers Wirtschaftsethik und war das Einzige, das wirklich den Versuch unternahm, zwar einerseits die zeitliche Distanz zwischen den Aussagen Luthers in der Zeit des Frühkapitalismus zu heute wahrzunehmen, aber andererseits trotzdem den Orientierungswert seiner Aussagen für den Umgang mit den inneren Widersprüchen und Verwerfungen des Wirtschaftslebens heute zu erkunden. Und das trifft es. Luthers Wirtschaftsethik von Hans-Jürgen Prien, erschienen im Erlanger Verlag. Knapp. Es war knapp, glaube ich. Immer auf der Suche nach Luther. Ja, von daher kehre ich aber auch immer zu dir zurück, sozusagen. Ich bin jetzt aber auch kein Luther-Experter. Da gibt es sicher Leute, die noch mehr wissen. Nee, aber das Besondere bei so Büchern, wie du sie schreibst, ist ja, dass es einfach interessant ist und schön zu lesen. Ja, vielen Dank. Wie ist es denn dem Pfarrer ergangen, wenn du jetzt schon noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, der am Anfang quasi gezweifelt hat, mit Luther unterwegs war und was ist seine Geschichte dann hinterher? Der Sonnenhüter, also der Pfarrer, der ist vielleicht dadurch, dass man nun in diesem Beruf gezwungen ist, glauben zu müssen und immer für andere mitglauben zu müssen, ist seine Glaubenskraft ein bisschen erschöpft worden und deswegen hat er nach seiner Pensionierung erstmal die Schnauze voll gehabt vom Glauben. Und Luther merkt das auch, dass der Pfarrer, der betet auch nicht so richtig und weicht ihm immer aus und schließlich stellt er ihn dann zur Rede und dann muss er das zugeben und sie kommen ins Gespräch und der Pfarrer wird im Grunde von Luthers kindlichem Glauben wieder neu entzündet oder begeistert. Das ist eigentlich gar nicht so etwas Hochtheologisches, aber so diese Art, das hilft dem Pfarrer dann wieder weiter. Für jedes Werk ist der Abgang des Helden ein wichtiger Faktor. Luther bleibt nicht im Jahr 2017. Ohne auch da jetzt vielleicht zu viel zu verraten, was für einen Abgang hast du Martin Luther beschert? Ja, da habe ich lange überlegt, das muss ja schon was Tolles sein und er wird von dem Pfarrer Sonnhüter, der soll auf so einer Jubiläumsveranstaltung, brauchen sie noch einen Redner und er bietet Luther an. Natürlich weiß er, dass kein Mensch glaubt, dass es der echte Luther ist, sagt ein Schauspieler, der sich da gut eingearbeitet, soll da eine Rede halten auf der Jubiläumsveranstaltung in Wittenberg und bringt dann Luther, die treffen sich dann in Wittenberg und dann hält Luther noch so eine richtige Bußpredigt, ganz ziemlich derb und wäscht den ganzen Pfarrern, wie da vor dem sitzen, mal den Kopf. Und dann, das ist so sein Abgang. Also es ist einfach unerklärlich, diese Zeitreise. Unerklärlich, aber sehr spannend und sehr beliebt. Ich glaube, das ist schon die zweite Auflage. Das Buch ist in der zweiten Auflage. Der Schriftsteller wundert sich. Manchen Büchern, das weiß man nicht, wie die ankommen. Man denkt, das Buch ist doch super, müsste gut ankommen, ist ein Flop und anderes. Plötzlich finden die Leute das interessant, das ist ein Geheimnis, das man nie ganz loslässt, was man nie ganz lösen kann. Und du wirst noch ein paar Bücher verkaufen, auch nach dieser Sendung, da bin ich fest von überzeugt. Das könnte sein, ja. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Bin jetzt auch durch das Gespräch noch mal motiviert, noch mal genauer hinzugucken, ob ich ihn finde. Auf unerklärliche Weise. Aber sag dir schon mal ganz herzlichen Dank. Ja, Daniel, vielen Dank fürs Interesse. Und bis demnächst, Maria. Ja, alles klar. Ich gehe jetzt noch mal auf die Suche. Ja. Ich habe einen Schatz gehoben, einen Liederschatz. Glaube, Liebe, Hoffnung heißt ein Projekt, wo alte Kirchenlieder neu arrangiert worden sind. Von Albert Frey und Lothar Kosse, zwei großartige Musiker, unter dem Motto Glaube, Liebe und Hoffnung. Also Kirchenlieder, alte Kirchenlieder von Paul Gerhardt, Fanny Crosby, auch Martin Luther ist dabei mit Ein feste Burg ist unser Gott. Ganz, ganz viele bekannte Lieder, die noch mal neu in den Fokus kommen sollen. Das ist so ein bisschen auch der Sinn des ganzen Projektes, dass alte Kirchenlieder neu entdeckt werden, gerade auch von noch jüngeren Menschen und irgendwie in den Fokus kommen und trotzdem auch noch was zu sagen haben, auch wenn sie schon mehrere hundert Jahre alt sind. Das gibt es nicht nur auf CD, sondern auch als Buch. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das Begleitbuch dazu schreiben durfte. Ich habe mich auf Schatzsuche begeben, im wahrsten Sinne des Wortes, bin tief eingetaucht in die Geschichte von den alten Kirchenliedern und von den Textern und Texterinnen. Dabei ging es mir darum, dass es einerseits biografisch wird, dass ich geguckt habe, warum hat Martin Luther das Lied Ein feste Burg ist unser Gott geschrieben, was waren damals die Umstände, in welcher Zeit ist das passiert und dann aber auch das Ganze versucht habe, in unsere Zeit zu transformieren. So, was bringt mir das jetzt, was bringt uns das jetzt in unserer Gegenwart? Und da habe ich sehr, sehr viel spannende Entdeckungen gemacht. Es wurde auch emotional, ich habe beim Schreiben geweint und auch gelacht. Da geht es um ängstliche Männer, um trauernde Väter, um ganz tapfere Frauen, um mutige Mütter, um Promis auch, um bekannte Persönlichkeiten, die mitten im Leben standen, aber ganz, ganz viel Vertrauen auf Gott gelegt haben. Und also dieses Buch gepaart mit den CDs, Glaube, Liebe und Hoffnung, birgt echt eine Menge Schätze. Deshalb kann ich das gut und gerne empfehlen. Heben Sie auch ein paar Schätze, entweder musikalisch oder leserisch. Am besten beides. Glaube, Liebe und Hoffnung, Glaube, Hoffnung und Liebe, das Liederschatz-Andachtsbuch oder das Liederschatz-Projekt, die CDs, sind beim SCM Verlag erschienen. So, jetzt bin ich bei Herrn Hofstadt, der Filialleiter von Alpha Iserlohn, kann man ja sagen. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke schön, dass ihr hier wart. Ja, wir uns ein bisschen selbst eingeladen haben sozusagen. Das Thema Buch beschäftigt Sie tagtäglich. Wie ist es denn persönlich bei Ihnen? Was fasziniert Sie am Thema Buch? Also Bücher begleiten ich schon mein ganzes Leben. Wenn man bei mir zu Hause guckt, wird man auch reichlich Bücher finden. Im Bett, unterm Bett, im Wohnzimmer, auf dem Sofa, überall liegen Bücher griffbereit. Von daher merkt man schon, Bücher sind großer Teil meines Lebens. Und sind das auch bestimmte Genres dann, die Sie dann bevorzugen, was auf dem Sofa liegt bei Ihnen? Oder ist das bewusst bunt gefächert, um die Kunden auch irgendwie da im Blick zu haben? Nicht nur die Kunden, aber es sind immer wieder viele interessante Sachen dabei. Es gibt Romane, Krimis interessieren mich auch sehr. Aber auch ein Sachbuch, was mir in meinem Ehrenamt weiterhilft. Oder ein Kinderbuch, noch aus alten Zeiten. Oder auch für die jetzige Verwandtschaft, die es ja auch gibt. Und Sie bieten den Mehrwert auch für die Kunden, also Bücher verkaufen und beraten. Aber es gibt auch Veranstaltungen hier vor Ort in der Buchhandlung. Was sind das für Veranstaltungen? Vor kurzem war es sehr schön hier, dass wir ziemlich viele Leute bei einer Lesung von Thea Eichholz hatten, die aus Iserlohn stammt und aus dem Mütterbuch heitere Texte vorgelesen hat. Aber wir gucken auch in Kooperation mit Gemeinhirn in der Umgebung. Peter Strauch war zum Beispiel da. Vor kurzem hatten wir den Winterhof als Veranstaltung. Da unterstützt uns auch unsere Alpha-Zentrale, hilft uns da Kontakte herzustellen. Also Promi-Dichte ist hoch hier bei Ihnen zwischendurch mal. Es sind immer welche da, ja. Ja, und auch heute war es ja eine Special-Sendung zum Thema Martin Luther. Und ich bin ja so ein bisschen auf der Suche nach ihm auch immer noch im Gespräch mit Herrn Gralle. Und Sie als Filialeiter können mir vielleicht weiterhelfen. Wo finde ich denn jetzt nun den Herrn Luther? Den kleinen Luther zum Mitnehmen, habe ich übrigens auch zu Hause im Regal stehen, gibt es vom Playmobil. In sieben Teilen, aber mit Feder und Schrift, wie es sich gehört. Und das ist ein nettes Mitbringsel. Ja, vielen Dank. Er ist es in persona sozusagen, wenn auch ein bisschen anders, ich ihn mir ein bisschen anders vorgestellt hatte. Aber das nehme ich gerne mit. Vielen Dank und ich bedanke mich herzlich, dass wir hier sein durften. Ja, ich danke auch. Alles Gute für Sie. Danke. Ja, ich habe ihn getroffen, Martin Luther. Wenn auch als Spielfigur. Hatte ich ein bisschen anders erwartet. Aber ehrlich gesagt, habe ich mich viel mehr gefreut über die vielen Infos, die ich von Albrecht Gralle und den anderen Autoren und den Büchern bekommen habe, die wir heute entdeckt haben bei der Bücherzeit. Das war es für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.